Was ist die Sendung aus Abenteuer Forschung? Die habe ich mir nicht selber überlegt, sondern die haben wir aus einem sehr lesenswerten Buch uns herausgesucht, das heißt The Essential Exponential und die zeigt Ihnen, beleuchtet Ihnen die Mathematik exponentiellen Wachstums ein bisschen im Hintergrund. Diese Grafiken werde ich nicht wiederholen. Diese Grafiken, das hatte der Herr Stieler schon angesprochen, sind die drei großen Trends, von denen wir seit einigen Jahren immer wieder sprechen und die wir als die dominierenden Entwicklungen der nächsten Dekaden, kann man ruhig sagen, bezeichnen werden. Wichtig ist, dass alle drei Trends immer noch gekennzeichnet sind durch das Wort exponentiell. Exponentielles Bevölkerungswachstum, exponentielles Wirtschaftswachstum, exponentielles Konsumentenwachstum. Und was ist nun das Problem an dem Begriff exponentiell? Nun, das Problem ist folgendes. Es gibt ein Zitat von Einstein, das ist auch tatsächlich Einstein zuzuschreiben, dem werden ja viele Zitate zugeschrieben, die nicht von ihm sind. Dabei wurde mal gefragt, was aus seiner Sicht die größte Erfindung des menschlichen Geistes ist und da sagte er der Zinseszinseffekt. Nun, was ist der Zinseszinseffekt? Da muss man sich erst mal überlegen, welche Möglichkeiten von Wachstumsformen gibt es überhaupt? Und da gibt es zwei Grundformen. Es gibt auf der einen Seite das lineare Wachstum und auf der anderen Seite das exponentielle Wachstum oder das geometrische Wachstum. Und diese beiden Wachstumsarten unterscheiden sich nur durch ein ganz kleines algebraisches Zeichen. Bei dem linearen Wachstum haben Sie eine konstante Zunahmung, mal einen festen Betrag pro Zeit. Also die Menge morgen ist die Menge heute plus ein fester Prozentsatz. Beim exponentiellen Wachstum, beim geometrischen Wachstum, müssen Sie einfach nur hier das Pluszeichen austauschen durch ein Multiplikationszeichen. Und Sie sehen, dass dieser Effekt auch schon in den ersten Schritten, wenn auch nur schwach, erkennbar ist. Wenn man mal eine 10%ige Wachstumsrate unterstellt, dann sehen Sie, dass in den ersten fünf Schritten bei einem linearen Wachstum die Menge M sich verändert. Von 1 zu 1,1, zu 1,2, zu 1,3, zu 1,4, weil Sie halt immer 10% aufaddieren. Wenn Sie das Gleiche tun bei dem exponentiellen Wachstum, haben Sie halt diesen multiplikativen Effekt und Sie landen dann im ersten Schritt auch bei 1,1 und dann bei 1,2, 1,33, 1,46. Ein schönes Beispiel, das Ihnen verdeutlicht, dass diese unterschiedliche Betrachtungsweise über längere Zeiträume einen erheblichen Effekt haben kann, ist, wenn Sie mal überlegen, dass jetzt gerade im Moment das 400. Jubiläum der Entdeckung oder der Gründung Manhattans gefeiert wird. Die Holländer haben damals Manhattan, die Insel Manhattan, entdeckt und dann den Ureinwohnern abgekauft im Jahre 1926 zu 24 Dollar. Wir haben jetzt einfach mal einen beliebigen Zinssatz unterstellt, an der Stelle 5%. Bei einem linearen Zuwachs dieser 24 Dollar von 5% wären über diese 376 Jahre aus 24 Dollar 484 Dollar geworden. Wenn Sie das mit Zinseszins angelegt hätten, wären daraus 3,1 Milliarden Dollar geworden. Und der entscheidende Punkt ist, darauf werde ich Sie gleich noch zwei, dreimal hinweisen, das ist hier unten grafisch aufgetragen. Und Sie sehen in der Rückbetrachtung, sehen Sie in den ersten 300 Jahren so gut wie keinen Unterschied zwischen diesen beiden Wachstumskurven. Erst im letzten Viertel gehen diese Kurven wirklich dramatisch auseinander. Das ist die erste wichtige Folie, ich Ihnen zeigen wollte, der Unterschied zwischen linearem und exponentiellen Wachstum. Und jetzt kommen zwei ganz wichtige Kennzahlen, die Sie beim exponentiellen Wachstum beachten müssen oder kennen sollten. Das eine ist die sogenannte Verdopplungszahl, Verdopplungszeit, Entschuldigung. Das ist eine Größe, die sowieso immer hilfreich ist, auch für andere Berechnungen. Wenn exponentielles Wachstum vorliegt und man fragt sich, nach welcher Zeit hat sich eine Menge, wie zum Beispiel Vermögen oder Nachfrage, verdoppelt, dann kann man das einfach ausrechnen, indem man 70 durch die Wachstumsrate teilt. Also wenn Sie 10%iges Wachstum haben irgendwo, dann wissen Sie, alle 70 geteilt durch 10, alle 7 Jahre verdoppelt sich zum Beispiel mein Vermögen. Wenn Sie im Moment Geld anlegen in der Staatsanleihe bei 3,5%, dann wissen Sie, okay, 70 geteilt durch 3,5, ich brauche 20 Jahre, bis ich mein Vermögen verdoppelt habe. Also diese Größe, 70 geteilt durch P, ist sowieso eine sehr hilfreiche Rechengröße. Das ist die erste wichtige Größe beim exponentiellen Wachstum. Die zweite wichtige Größe, und die wird in der Regel komplett unterschätzt, ist die sogenannte Verdopplungsmenge. Sie kennen alle aus der Schulzeit dieses bekannte Schachrätselfänomen. Da legen Sie, ich spare mir die Vorgeschichte, aber Sie legen am Ende des Tages auf das erste Feld im Schachbrett ein Weizenkorn, auf das zweite zwei, aufs dritte vier, aufs vierte acht und so weiter. Und wenn Sie beim letzten Weizenkorn angekommen sind, dann liegt auf diesem letzten Feld, muss ich sagen, liegt eine Menge, die entspricht heute ungefähr der 500-fachen Jahresmenge an Weizen. Nämlich, Sie sehen die Zahl hier unten aufgetragen, 2 hoch 63, das sind eine Milliarde Milliarden Weizenkörner. So, der entscheidende Punkt dabei ist, war ein anderer. Der entscheidende Punkt ist, dass auf jedem neuen Feld mehr liegt, als auf allen vorherigen Feldern zusammen. Auf diesem Feld hier liegen vier Weizenkörner. Das sind mehr als die drei Weizenkörner, die wir auf allen anderen Feldern zuvor hatten. Auf dem Feld Nummer vier liegen acht Weizenkörner. Das sind mehr als alle Weizenkörner, die wir in der Vergangenheit zusammen aufgebaut haben. Mit anderen Worten, und das ist ein Phänomen, was grundsätzlich gilt bei exponentiellen Wachstum, nicht nur bei Verdopplungen, es gilt generell bei exponentiellen Wachstum, dass bei jeder Verdopplung die hinzukommende Menge größer ist, als die Gesamtmenge aus der gesamten Historie zusammen. Einfaches Beispiel, wenn Ihnen jemand sagt, ich habe eine Industrie, die wächst mit sieben Prozent pro Jahr, dann können Sie jetzt leicht ausrechnen, dass diese Industrie sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wird. Und diese Industrie wird in den nächsten zehn Jahren mehr produzieren, als in der gesamten Geschichte vorher. Das ist eine ganz wichtige und häufig unterschätzte Größe. Also die Verdopplungsmenge ist auf jedem neuen Feld mehr als das, was man in der Vergangenheit erlebt hat.